Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Gut, ciao zusammen! Gianandrika Wietzel, mein Name. Herzlich willkommen zur heutigen Anfängerstunde Langlaufen für Anspridener. Könnt ihr direkt kurz vorstellen und einfach sagen, was ihr euch erhofft von dieser Lektion. Danke! Gut, ich bin dir gelohnt gewesen. Und ja, ich komme jetzt wirklich einfach heimabuck, etwas Neues auszuprobieren. Danke! Dann kannst du gleich weiterfahren. Hey, ciao zusammen! Ich bin Hans Nettig und ja, ich will eigentlich alles ausprobieren, was mit Schnitz drin hat. Weisst du nicht mehr. Das ist geil! Grüß euch miteinander, grüß euch alle. Mein Name ist Max Schön und ich freue mich jetzt einfach darauf, nicht gerne zu hoveln hier in den Bergen. Geht mir nämlich furchtbar auf den Sack, die huelen Skifahrer auf Bord. Merci! Gut, danke! Gerne gleich weitermachen. Hallo zusammen! Hallo zusammen, ich bin's. Roger Federer und ja, seit einem Tennis-Spielen habe ich jetzt alle Zeit von der Welt zum Langläufeln. Ein wunderschöner Gräbünder. Hallo zusammen, ich bin Tani Hunger. Ja, ich bin 27, offen aufgeschlossen, so sympathisch. Und ihr hoffen mir einfach, dass ich heute langläufe. Weil das ist ein Art und Rahmenprogramm von Polterabend, von Franzi. Und dort würde ich wirklich einfach nicht blöd aus der Wasch schauen. Gut, und dann ihr beiden auch hier, gell? Danke. Hallo miteinander. Ich bin der Birmin auf dem Plateau. Und ich freue mich einfach, mit allen anzustossen. Dann müssen wir uns einiges vormachen. Ich bin der Oligarch und ich hoffe einfach auf eine gute Zeit. Gut, dann gehen wir los, gell? Fahre. Wer nicht Spuren hat, bekommt das Schwente. Gut, das Wichtigste, gell? Beim Langlaufen sind die Bewegungen, ist klar. Also achtet bitte, einfach immer darauf, dass an Bewegungen sitzen. In puncto Technik ist das elementar, oder, dass... Oh nein! Oh nein! Keine einzige von diesen hohen Bananen ist mir nachgekommen. Ich kann es aufhören, man muss es suchen. Heiland, sag doch, nun mal, jetzt ist mir kein einziger, der so eine Bananen ist. Haha!